Leute, 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 Leute! Es ist Unboxing-Zeit! Pack Opening! Pack Opening! Oldschool! Rarer Scheiß! Oh mein Gott! Hier! Wir packen heute aus von Topps! Jurassic Park! Movie Cards! Look for Random Action Holograms! Und wenn wir das ziehen, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel das wert ist! Das ist ein Original-Sealtes Pack von 1992! Universal City Studios! Emblem Entertainment! Two Holograms randomly inserted in every 36 Packs! Oh mein Gott! Ich blende euch da noch ein, was die Karten wert sind! Ich bin ja echt gespannt, ey! Das Ding ist schon mega lange sealed! Ihr könnt selber nachrechnen, wie lange 1992 schon her ist! Ich war ein riesiger Jurassic Park-Fan! Ich hatte alles gehabt! Das Spielzeug, ein Schulrucksack von Jurassic Park, T-Shirts, Trading Cards! Der Hammer! Oh mein Gott! Wir müssen das ganz vorsichtig auspacken, Leute! Es klebt sogar noch! Hammer! Oh mein Gott! Das ist Kindheit pur, Leute! Oh! Wow! Ganz vorsichtig! Wir dürfen nicht beschädigen! Hier ist der Rapper! Mega geil ist das Design! Ich stehe auf diese Farben! Ey! Rot! Jurassic Park Rot! So! Schauen wir doch mal, was wir haben! Wir haben ein Puzzle-Piece! Tisandrosaurus Rex! Sticker! Peel-off! Okay! Oh! Mein Lieblings-Saurier aus dem Film! Sehe ich schon, wir haben keine Hologrammen! Schade auch! The Art of Crash! Dylphosauro! Wow! 1993 sind die Karten! Hinten steht 92 drauf! Lügen! Was haben wir hier? Eine Filmszene! Jump Tim Jump! Jeder erinnert sich da noch an diese Szene! Mit dem elektrischen Zaun ist das! Unexpected Onlooker! Aha! Uiuiui! Da hat der kleine Saurier noch nichts ausgefahren! The Hedgeery! Schönes Motiv! Schönes Motiv! Weiter geht's! Und eine Dinosaurier-Karte! Und wieder ein Artwork! T-Rex! Uuuuuh! Refrigerate Refugee! Geile Szene! Geile Szene im Film! In der Küche! Und letzte Karte! A fence to high! Danger! 100.000 Volt Spannung! Das war auch eine spannende Szene! Der hat auch einen lustigen Witz gemacht! Weil sich so... Ah! Der Strom geht an! Das sind alle Karten, die wir gezogen haben, aus diesem Oldschool Pack! Ich blende euch gleich nochmal ein, natürlich, den Wert der Karten! Falls dir was Wertvolles dabei ist, wird es direkt eingesleeved! Das war's! Der Polic Park Movie Cards! Von 1992! Yay! Für weitere Unboxing's, like und follow den Kanal! Lasst doch mal einen Kommentar da, was euer Lieblingsdinosaurier aus dem Film war! Und welcher Teil der beste ist! Bye bye! Wir sehen uns im nächsten Video!